Der Hinweis hat so gut. Alles nur, weil ich vorher ausgestiegen bin. Ja. Muss ich jetzt nochmal herzlich willkommen sagen, weil der Onko zackt... Nein, muss ich nicht. Herzlich willkommen bei der Onko stirbt. Genau. Mit den Deppen. Oder auch Kratz in den Mai. Kratz ab in den Mai, ne? Können wir auf den die Eier zu kratzen und steigen ein, ey. Aber die Technik mit dem Rückwärtsfahren, die war doch okay, oder? Ja. Die machen wir direkt nochmal. Jetzt weiß noch jeder, wo die Motorräder... Das ist schlecht, weil ich immer Ego-Perspektive spiele, aber... Oh, der ist immer gut geparkt. Pass. Das muss ja auch mal ein bisschen angeben, ne? Das ist cool, als könnte ich was. Da hat sich einer hinterm Auto versteckt, denn. Wann können wir das Auto richtig reinfahren? Ja. Alles, was wir möchten. Irgendwie stirbt der Typ nicht, auf den ich schieße. Ah, geht doch. Da steht schon wieder einer hinterm Auto. Jetzt ist er unterm Auto. Schießt unter das Auto. Oh. Oh, hier kommt einer aus dem Auto. Am besten jeder das Motorrad, was er gerade hatte, ne? Und raus. Meinen steht hinten in der Ecke. Meinen steht in der Garage. Ich hab das nur gesagt, weil ich keinen Bock hab, soweit zu laufen. Hier sind übrigens schusssichere Westen. Okay, dann ist das falsch, ne? Go, go, go! Go, go, go! Auf, auf, auf! Wo müssen wir eigentlich hin? Oh! Jetzt darf keiner mehr sterben! Ich hab den Joker schon benutzt. Hehehe. Irgendwo liegt da meine Karre rum. Wow, wow, wow! Da ist eine Straßensperre. Vorsicht, Leute! Die war eben auch schon da. Man hat ja überhaupt keine Chancen mehr, an die... ...an das Motorrad ranzukommen. Oh, wer war das denn? Das war der Onkel. Die Straßensperre. Nein, das war ich diesmal. Ah, der Onkel stirbt wieder. Ne, ich war's diesmal. Ich auch, ich bin zweimal gestorben. Toll, du hast unsere beiden Leben aufgebraucht. Wir hatten nur eins. Wie war das nochmal mit gestern mit schweren Missionen? Mhm. Hehehe. Vielleicht ein andermal. Aber ich hab gar kein Ziel, wo ich hin soll, ähm... Da muss kein Sinn sein. Dann musst du das richtig... Also wenn du kein Ziel hast, hast du das falsche Motorrad. Ja. Äh... Oh... Sehr geil. Gut, dass wir das jetzt gemerkt haben und nicht... ...als wir's geschafft haben und er da mit dem falschen Motorrad steht. Irgendwie kein Ziel. Ja, dann hast du das falsche Motorrad. Ja, aber das waren doch die grünen, dicken, äh... Weil du meinst es schwarz. Nein, schwarz. Das sind schwarze Rennmaschinen. So Sportmaschinen. Keine Chopper. Wobei ich Chopper geiler fände. Scheiße. Na, sowas sagt man nicht. Entschuldige dich. Entschuldigung. Wenn ich mich nicht irre... Wenn ich mich nicht irre, sind das sogar die Motorräder, die Nitroantrieb haben. Echt? Wie macht man den an? Ähm... Hupen? 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 Ja, klar. Ja, natürlich. Hupen. Schiff ging nicht. Auf die Hupe drücken, da wär ich auch so drauf gekommen. Ja. Klar, ich will die Trumpern, dann hupe ich einfach. Ja, meine alte kommt auch immer schneller, wenn ich auf die Hupe drücke. In den GTA-Rennen schießt du auch auf, äh... Hupe. Wir wollen bestimmt wieder, dass ich weiter reingehe, ne? Tiefer, wenn ich dritten darf. Du kennst das doch. Immer tief rein. Oh, die holen uns aus dem Auto raus. Was ist das für ein Penner? Ich seh doch nicht richtig, oder? Boah, Scheiße. Du hast keine Munition mehr, was ist das denn für eine Scheiße? Aber was ist denn die Stadtwürste neu gekommen? Danach heißt es immer ein Blauer-Schiff. Vorsicht links! Links! Lass euch nicht erschießen! Du bist schon gut gelitten. Ich bin gerade... Ich bin gerade rübergegangen mit der Anvisierung. Kann immer... Ich hab einen... Ich hab einen... Irgend so ein Wichser auf der Straße hat mich gerade überfahren. Aber ich bin nicht gestorben. Keine Sorge. Ich bin gleich tot, weil... Weil ich erschossen werde. Da hat er den Joker schon benutzt. Gibt jetzt eigentlich gern sterben, aber ich kann... Ich muss doch sterben. Nein! Doch! Nein! Ich hab noch bald geschossen. Einmal mit Profis, ey! Einmal mit Profis, ey! Das heißt schließlich zocken mit Omko und nicht zocken mit Profis. Ganz unrechtlich. Ganz unrechtlich. Mit der DDoS-Crew. Oh! Der Billy Boy wieder. Ich glaube ich nenne den Stream gleich um in Stirb in den Mai. Ach du hast ihm auch noch so einen coolen Namen gegeben? Ja. Er heißt Stream in den Mai. Sehr geil. Ich bin da ja nicht so kreativ. Bei mir steht GDA5 online. Oh! Das weckt Interesse, weißt du? Naja. Ich hätte es vielleicht irgendwie Sex Compilation nennen sollen oder so. Ich mein, wie viele... Also es steht doch sowieso schon drunter, was man spielt. Warum soll man das dann auch noch in den Titel schreiben? Weil es keinen Sinn macht. Aber mir nichts einfällt, weil ich unkreativ bin. Du hast ja recht. Ich werde es beim nächsten Mal anders nennen. Mach die Tür so, dass es zieht. Äh, irgendwie hängst du fest. Quatsch. Das war nur so ein bisschen... Ich wollte auch des Reufels trotzdem kurz ankommen. Kaputt. Ich hab meiner Akuma jetzt genau diese Hupe gegeben. So. Mit viel Gefühl jetzt. Ja, genau. Boah, das ist jetzt hier nochmal ein bisschen, ey. Das ist jetzt hier nochmal ein bisschen eckenverschreckt, ne? Der darf hier nicht rankommen. Hast du Angst, oder was? Ja. Raus. Ja und bitte bleibt sitzen, bis wir alle hier abgeknallt haben. Ist mir egal. Da ist noch einer umher. Ich hab alles vergaßt. Okay und raus. Obwohl der lebt noch, ne? Da ist noch einer. Egal, da kommen die Neuen. Ey, das ist meins. Ey, ich wollt grad sagen. Wo ist die? Wie? Wie? Gogo, kein Zettel an. Genau. Ich bin jetzt immer so nett und lach mich vor. Hinter dem Haus standen drei Leute. Hast du jetzt einer? Boah, ich bin fast tot. Alter, ich bin fast tot. Ich hab noch minimal lebend. Ich muss mal eine andere Uhr. Das war gar nicht. Ah, jetzt bin ich auch. Ne, wer ist? Ich weiß. Der Dougal. Oh, wir haben fünf Zuschauer. Hi, best joke. Willkommen hier bei uns. Zock in den Mai. Mit GTA 5. Und Fails. Fails, genau. Fails. Das trifft. Fail in den Mai. Fail in den Mai, genau. Sowas wie FKK. Woanders. Holy shit, ich hab grad 18.000 für meine Munition ausgegeben. 18.000? Oh, ich hätte eine Munition kaufen sollen. Na ja. So, jetzt hier mal. Jetzt aber mal professionell, ne? Ja, aber echt. Jetzt auch mal richtig. Ja. Jetzt mal mit Gefühl und alles. Hatte denn jeder grad ein Motorrad? Ich kam nicht bis zum Motorrad, weil drei Leute hinterm Haus auf mich gewartet haben. Ja, dann müssen wir alle zusammen in das Haus gehen. Oder nimm den Wagen hier. Ja, nimm den Wagen, genau. Fahr mal von hinten nach vorne. Also rollen wir von hinten nach vorne auch so weiter. Genau, schön hinten rein. Genau, schön tief. Bis zum Anschlag. Mit Gefühl. Nee. Gefühle kannst du zuhause lassen. Stimmt. Gefühle ist was für Mädchen. Hey. Fast. Fast. Erstmal hier draußen aufräumen. Ich treffe die Köpfe nicht. Die sind nur klein. Nein. Boah. Da steht einer auf dem Dach. Das ist ja umgefallen. So, komm. Ich fahr dich jetzt erstmal nach hinten zu dem Motorrad. Was war das? Das war ne Annäherungsmine. Fahr mal nach hinten. Hinter dem Gebäude ist noch einer. Das sind zwei. Komm nicht weiter rein. Da ist die Kriste. Da steht ne Couch. Bisschen drücken. Jo, einer noch. Jo, ich steig schon mal aus. Und? Da ist noch einer. Ohne, der liegt. Okay. Und jetzt ist alle raus, würde ich sagen. Wuuuh. Hast du wieder ne Motorrad? Und ich bin direkt zu klein. Raus hier, komm los. Ich hab noch kein Motorrad. Ja. Wenn du Hupen drückst, zündest du den Nitro. Sehr geil. Also dann alle mit Nitro hier raus. Äh. Traus noch was krasses zu wissen. Verlegst du, steht unser Wagen jetzt nicht in den Weg rum. Ich wend schon wieder draußen. Ich fahr mal nach der Straßenfahrer nicht vorbei. Beim ersten Mal bin ich ohne Probleme durchgekommen, aber... So, wo ist das Motorrad? Wo ist mein Nitro? Oh, scheiße! Entschuldigung. Nein! Ah, ich depp. Wo, 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 wo. Die Scheiße hat mich erwischt. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Sei doch nicht immer so kritisch. Freu dich doch, wenn du Hilfe kriegst. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht rausgegangen. Wir müssen noch ein bisschen mehr einspielen hier. Ja, wir haben ja noch kein Gefühl miteinander. Genau, richtig. Das ist das zweite Mal. Ihr seid alle drei so Rampos. Ja, und du bist dann der kleine Pussy und ranz weg, Bitch. Dafür bin ich nicht derjenige, der als erstes stirbt. Stimmt. Ich bin jetzt der Einzelner, der das Ziel schon mal gesehen hat. So alle wieder in meinen Panzer. Ja, irgendwie fahr ich jetzt. Ja, auch gut. Vielleicht schieße ich dann mal besser. Alle drin. Ja, sehr schön. Ja, wirklich. Ja, genau. Wer fährt denn? Das ist ja furchtbar. Wo ist jetzt der Tank, der Bitch gefährt? Ich sehe da keinen Tank. Ich muss mal wieder alles vergasen. Ach, scheiße. Pass auf, machen Sie euch die Tür auf. Ich werde getroffen. Fahr mal nach vorne. Na vorne. Ja, ja, wechseln wir. Oh, vorne war ich auch nicht tot. Ja. Du bist tot. Weil die Bitch nicht gefahren ist. Doch, ich bin gefahren. Ja, nach hinten. Fahr mal, da ist noch einer. Boah. Leute, es war noch Wasser ordentlich. Hat keiner hier Sprengladung mit oder so? Ja, ich würde die Motore da nicht kaputt machen. Scheiße, auf Motorräder, ey. Okay. Nach hinten. Oh, guck mal, wer da kommt. Du, Mai, ich steig ein und schick' aus. Ja. So läuft das.